nicht einmal plus und jetzt hatten wir sieben und schon zweimal plus auch noch kein mal cd leider kein subscriber deswegen muss ich auf pokcham zurückgreifen pokcham passt auch schon wieder dex minus 2 okay das kommt gar nicht also dex plus 22 oder 28 würde ich wahrscheinlich auch erst mal lassen also das heißt wahrscheinlich safe weil ich hab ja nicht so viele jetzt haben wir jetzt genau das gleiche wie vorher nur plus oder ne vorher waren es minus 53 oder von mir auch auf sta wäre auch nicht so schlecht du darfst du das nicht sagen er will es nicht mir ist eigentlich auch egal ap minus 400 zehn stück noch er lässt einfach das 50 prozent drop event auslaufen der larry ja das muss jetzt warten das kommt danach doch vielleicht noch eins oder kannst du mir das ihr glück zeigen ja später noch mal geschwindigkeit minus 10 und markt du bist du nicht wisst dein ding oder geschwindigkeit wie das sehen ich dachte du hast go auf twitch christlich das trofee wenn nicht vielleicht ja so lange das läuft noch 28 minuten ich kann auf jeden fall ein ding mit dingens machen mit meinem downer einmal traben doch du bist mark da bist du kein subscriber man shit ja das geht kann man auch laufen lassen dann mache ich wieder aus sealand riders guten abend ohne spaß wenn du cd auf das jut kriegst rast dich aus ich habe 30 changes verballert ohne cd ja ich bin score der twister larry gibt sich nur als mich aus dachte ich mir schon warum solltest du zwei twitch-accounts haben alter es sieht nicht gut aus fünf stücker mann oder naja sechs noch aber ich weiß nicht ob das letzte noch benutzen soll wenn was minus kommt muss ich immer wieder neues kaufen bis irgendetwas positives kommt das problem das ding ist das karet noch nicht einmal crit der mensch nicht beim minus guten abend ich will auch fleisch spielen aber auf dem mac läuft das nicht scheiße echt auch was dex minus 28 auf mac läuft kein fleisch das ist ja belastend aber apple produkte waren schon immer scheißdreck welches set ist das das von pikantes nüßchen was war da denn gerade los nur noch minus stats nein geh weiter ja bitte 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 oh baby oh baby ist das nicht mal ne cruiser suit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit verreckt schon man oh mein gott alter oh mein gott alter oh mein gott alter heilige scheiße 138 prozent jetzt ist auf jeden fall in den top 5 beste sets oder top 10 alter schau euch das an ey boots und suit einfach nur noch einfach nur noch crit damage alter oh mein gott wow das war die erste das war wirklich das war alles nur dank der astra rakete ey alles nur dank der astra rakete wie viele trials waren das auf der suit wir hatten 19 14 waren es weil jetzt habe ich noch 4 und 1 nochmal auf die hp suit gemacht also 14 stück ey heilige scheiße alter vor allem auch 15 ey alter 1 4 1 1 1 3 und 2 1 Nice, eh?